5% Hürde bei Europawahlen ist verfassungswidrig Bundesverfassungsgericht stärkt kleine Parteien Karlsruhe Die in Deutschland geltende 5% Sperrklausel bei Europawahlen ist verfassungswidrig. Das entschied am Mittwochvormittag das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Die Klausel verstoße gegen die Chancengleichheit der Parteien, so das höchste deutsche Gericht in seiner Begründung. Die letzte Europawahl von 2009 bleibe allerdings gültig und muss nicht nachgeholt werden. Jedoch besteht nun für mehrere kleine Parteien die realistische Chance, bei der nächsten Europawahl im Jahr 2014 ins Parlament einzuziehen. Geklagt hatte der Staatsrechtler Prof. Dr. Hans Herbert von Armin zusammen mit zwei Wählern, die mit ihrer Klage die Ungerechtigkeit der bisherigen Regel deutlich machen wollten. Dadurch, dass Parteien, die weniger als 5% der angegebenen Stimmen erhalten, keine EU-Abgeordneten entsenden durften, seien bei der Europawahl 2009 etwa 2,8 Millionen deutsche Wählerstimmen unter den Tisch gefallen. So die Argumentation des Klageführers Prof. Dr. Hans Herbert von Armin. Zudem erhielten die großen Parteien proportional mehr Sitze im EU-Parlament, als ihnen eigentlich zustehen würde, da die Stimmen der gescheiterten kleineren Parteien auf die großen Parteien verteilt wurden. Außerdem befürchteten bisher viele Wähler, ihre Stimme sei verschenkt, wenn sie eine aussichtslose Partei wählen. Dadurch blieben viele Wähler der Wahl fern bzw. wählten Mangels Erfolgsaussicht notgedrungen eine der etablierten Parteien. Bei der nächsten Europawahl 2014 werden je nach Verteilung der Stimmen nun rund 0,8 bis 1% ausreichen, um ins Europaparlament einzuziehen. Gleich mehrere kleine Parteien können sich somit berechtigte Hoffnung machen, mit mindestens einem Abgeordneten ins Europaparlament zu kommen. Jedoch stellten die Richter in der Verhandlung auch klar, dass bei Bundestagswahlen die 5%-Hürde weiter bestehen bleibt. Anders als beim EU-Parlament müssten im Bundestag stabile Mehrheitsverhältnisse gebildet werden, die eine handlungsfähige Regierung wählen und sie fortlaufend unterstützen könnten, hieß es zur Begründung der unterschiedlichen Behandlungen der Volksvertretung.